Eure Heiligkeit. Eure Sünden. Ich habe keine Sünden zu beichten. Meine einzige Sünde ist, dass mein Gewissen kein Schuldbewusstsein kennt. Gestatten, das ist Lenny Bellado. Er ist Amerikaner und mit Anfang 40 der jüngste Papst aller Zeiten. Und als Pius XIII. tritt er sein Amt im Vatikan an und die alteingesessenen Kandinele denken eigentlich von Anfang an, diesen Mann können wir ganz einfach beeinflussen und er ist eine leicht zu manipulierende Marionette. Doch komplett das Gegenteil ist der Fall. Er ist nämlich sehr exzentrisch und vor allen Dingen auch machtbewusst und bricht von Anfang an mit alten Mustern und Regeln. Wie zum Beispiel hebt er das komplette Rauchverbot auf im Vatikan, um dann ganz gepflegt in den einzelnen Dienstzimmern auch schön eine zu barzen und zu qualen. Darüber hinaus trinkt er zum Frühstück wohlgemerkt Cherry Coke Zero. Auch sehr, sehr lecker. Und ist ein strikter Gegner auf der anderen Seite von Abtreibungen und zeigt wirklich auch definitiv keine Angst davor, sich mit dem kompletten Klerus anzulegen. Von heute an musst du die Kirche führen. Eine Milliarde Menschen. Ein Fünftel der Weltbevölkerung. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ich muss ihnen aufrichtig sagen, Schwester Mary. Dieser Papst ist ein sehr widersprüchlicher Mensch. Was du über mich denkst, kümmert mich nicht. Ob ich mich für das Amt eigne, ob du mich für schwach hältst oder für einen Schurken. The Young Pope ist eine zehnteilige Serie von unter anderem HBO und Sky, die von Paolo Sorrentino in Szene gesetzt wurde. Und wie ich schon ein paar Mal betont habe, bin ich schon ein ziemlich großer Fan dieses Regisseurs. Seit Il Divo im Prinzip. Und deswegen war ich auch sehr gespannt, was jetzt passieren würde, was seinen Stil angeht und vor allen Dingen seine Art und Weise, Filme zu drehen, wenn er das auf eine Mehrteiler in diesem Fall verteilt. Und ich kann nach Ansicht der ersten Staffel sagen, leider etwas schleppend. Also noch nicht so überzeugend, weil Sorrentino einfach wirklich mindestens fünf Folgen braucht, um völlig zu seiner Form zu finden. Und so wird die erste Hälfte vor allen Dingen von der Vergangenheit und den Geheimnissen von Papst Lenny sozusagen getragen. Die Intrigen, sein Umfeld, die Themen wie zum Beispiel Liebe, Zweifel, Einsamkeit oder Tod werden zunächst erst langsam entfaltet. Aber, und das ist das Positive auf der anderen Seite, ein richtig, richtig gut aufgelegter Jude Law macht es dann auch möglich, dass man diese ersten paar Folgen adäquat übersteht und sich auf den Rest definitiv freut. Du wirst ein furchtbarer Papst werden. Der Schlimmste der gesamten Neuzeit. Ich bin bereit, einen brutalen, grenzenlosen Krieg gegen euch zu führen, ohne jede Rücksicht. Ich weiß alles, was ein mächtiger Mann über die Menschen, die für ihn arbeiten, wissen muss. Und ich bin der mächtigste Mann von allen. Und, das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich bin trotzdem zufrieden mit The Young Pop. Denn die Serie ist letztendlich und, Achtung Wortspiel, Gott sei Dank mehr als nur House of Cards im Vatikan. Dafür sorgt auf jeden Fall Paolo Sorrentinos Stilsicherheit, wenn er wieder mal majestätische Bilder mit so komplett absurden Details schmückt und edle Kamerafahrten zeigt und vor allen Dingen natürlich das Ganze wieder mit puren Pop-Songs kombiniert. Oder, wenn er dann auch andere Figuren mit einbezieht, um wirklich ein großartiges Netz aus Intrigen zu spinnen. Und, wenn er Jude Law auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten gibt, nicht nur strikt und abgründig zu sein, sondern vor allen Dingen auch seine verletzte Seele zu offenbaren. Also, mein Fazit ist, ein starkes, komplexes, aber auch etwas schwerfälliges Seriendebüt von Paolo Sorrentino. Lohnt sich aber auf jeden Fall trotzdem, denn sie wird getragen von einem wirklich leidenschaftlichen Hauptdarsteller. Meine Ranks-Tags, Paolo Sorrentino, Jude Law, Vatikan-Intrigen-Drama-Serie, Ami-Provokateur-Papst und fesselt überstilisiert. Was der gute Danny Boyle kann, das kann Christian Zybert, ist schon sehr, sehr lange. 16 Jahre nach seinem Regie-Debüt, Achtung, und jetzt muss man immer darauf achten, welchen Namen man wie sagt, Lombok war ja sein Regie-Debüt, folgt jetzt endlich die Fortsetzung Lombok.